Ja, und herzlich willkommen zurück zu, ja, Leas of Fear 2, mit einem kleinen Rückblick, aber der ist nur minimal, und machen sofort weiter, wo wir aufgehört hatten. Also, das ist jetzt quasi ein kleiner Rückblick. Diesmal kannst du mich nicht mehr erschrecken. Ja, halt die Klappe. Oh, mein Auge. Warum tut mir mein Auge jetzt weh? So, ja, jetzt offiziell willkommen zu, Leas of Fear 2. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Äh, was ist das? Lilly, bitte, komm zurück, ich brauche dich. Das stimmt, ich glaub die... Schwester ist gestorben. Äh. War hier nicht gerade noch eine Wand mit einer Tür? Ähm. Hallo? Ah, der wechselt immer. Schwarz, weiß, schwarz, weiß. Okay. Äh, ratten verlassen, das sinkende Schiff. Hä, what the fuck? Äh. Das ist ein lustiger Name. Kannst du mich finden, wenn du meine Schöne findest? Okay. Ah, okay. Jetzt den Code haben. Ähm, ja. Wo finde ich den? Steht der hier drauf irgendwo? Nee. Nein, nein. Jetzt komme ich nicht mehr zurück, okay. Äh. What the fuck? Äh, what? Schon wieder? Äh, doch nicht. Ähm. Hallo, Mr. Ich wollte sie nicht stören. Ich will hier nur durch. Äh. Ähm. Nein. So. Irgendwie schwankt mein. Äh. What? Muss ich die Tür zumachen? Äh. Äh. Hallo? Äh. Ja, okay. Was für, warum tut sich jetzt hier einen Gang auf? Wo sind sie her? Äh. Sie hat weggebracht. Sie hat weggebracht. Ich habe Angst, dass etwas passiert. Sie hat sie. Ich habe nicht gesagt, dass sie zurückgebracht hat. Sie hat mir gesagt, dass sie zurückgebracht hat. Nein. Hörst es. Das ist nicht wahr. Ich will erst mal hier hinten gucken. Nein. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Äh, warum steht denn da auf Deutsch Wunderbaum? Ey, warte mal, was muss ich jetzt machen? Okay, hier komme ich schon mal nicht weiter. Hier regnet's. Wir gehen mal hier hinten rein. Okay. Oder auch nicht. Ich hab das Gefühl, das Spiel will mich rollen. Na, von da sind wir gekommen. Also, erstmal hier in den Raum. So. Äh, was passiert hier grad? Hier verfärbt sich alles. Hier verfärbt sich alles. Hier verfärbt sich alles. Äh, was ist das? Ah, was ist das? Ich bin der kopflose Reiter. Muss ich ausschalten? Hm. Sehr mysteriös, das Ganze. Hm. Hm. Okay, oder ich muss vorher noch irgendwas finden. Hier war doch... Hallo. Wo war der Gang mit der Kleintür? Ich bin jetzt total verwirrt. Ah, hier. Hier liegt eine Toteratte, okay. Das heißt, wir müssen hier rein, glaube ich. Okay, wir sind in einem Badezimmer angelangt. Und jetzt... ...hab ich Angst. Wolle in a sea of shame. Ich... Ich... ...was niemals zu sein. Aber für dich... ...wolle in a sea of shame. Okay. Kollege, ich möchte nichts. Okay, hier liegt die Ratte. Okay, jetzt... ...müssen wir, glaube ich, das Rätsel machen. Ah. Und was schimmert hier? Der Abend. Ich verbinde mich. Oh. Nein. Ich möchte, dass sie mich in Ruhe lassen. Okay, wir müssen hier lang. Wir hinten war ja nix. Noch eine tote Rette. Warum ist hier überall... Teppich an der Wand? Hallo? Was sind das für Bilder? Nein, ich möchte das nicht. Aber ich muss... Hello? Ich komme... ...würde das Spiel mich ärgern. Okay, 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 okay. What the fuck is going on here? Oh... 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 Okay... Nein. Ich werde dich müssen. Nein. What the fuck, lass mich in Ruhe. We've lost another soul. We've lost another soul. Was greif... Was wollt ihr von mir? Ja. Es ist nur für dich und ich, Kapitän. Okay. Okay. Hallo Ratte. Ey, what the fuck. Hallo. Hallo. Da. Bitte nicht. Wo zum Teufel sind wir hier? Leck mich am Arsch. Das gibt's ja nicht. Hier sind wir wieder. Du hast es fast gehabt. Sie lief zu mir. Was? Sie lief zu mir. Sie lief zu mir. Sie lief zu mir. Sie lief zu mir. What the fuck? Sie lief zu mir. Sie lief zu mir. Was ist mir hier? Oh, Alter. Was ist das hier? Was ist das für ein Bild, Alter? Das Gefühl, das guckt mich an. Okay. Da war gerade jemand. Es ist so dark. Hä? Was sind wir hier? Ein kleiner Wartemal. Oder nee, lieber doch nicht. Kannst du es hören? Hallo? Gott, ey. Kinder in Horrorspielen. Das passt überhaupt nicht. Lilly? Was ist, wenn etwas Schlimmes passiert? Was ist, wenn ich dich nicht finden kann? Schhh. Hör auf meine Sprache. Halt es tief in die Seite. Und ich werde immer da für dich sein. Aber... Abgehackt. Die Frage war für immer. Was zur... Die Frage war für dich. Äh, was? Was ist hier los? 8, 5, okay. Oh, wow. Forever. Äh, äh, was ist mit meinem Zimmer passiert? Charakter, das werde nicht ich sein. Wenn du mich, wenn du mich wieder siehst, okay? Oh Gott. Lesen. RMS Odyssey, eine mythenumworbene Tragödie. Britisches Kreuzfahrtschiff geht unter, Hälfte der Passagiere verschollen. Nautische Experten und Leiden gleichermaßen schockiert darüber, dass das hochmoderne Kreuzfahrtschiff in den frühen Morgen schon auf dem Boden des Atlantik gesunden ist. Die Jungfernfahrt wurde gleichzeitig zu seiner letzten Reise. Die Tragödie ereignete sich in der fünften Nacht der Überfahrt, als ein Feuer in einer der Maschinenräume ausbrach. Trotz der Bemühungen seitens der Crew breiteten sich die Flammen über die unteren Decks aus und verursachten eine gewaltige Explosion im Heizraum, die den gesamten Rumpf durchbrach. Während die genaue Zahl der Todesopfer noch nicht bekannt ist, gehen die letzten Schätzungen davon aus, dass ungefähr die Hälfte der über 1000 Passagiere und Crewmitglieder dem Feuer zum Opfer gefallen oder in den kalten Meeressiefen verschollen ist. Hört sich nach der HMS Titanic an. Äh, what? Kriegsopfer? Okay. Was zum Teufel ist denn hier passiert? Oh Gott, das wird ja eine Ratte. Äh, hier ist nichts zu sehen. Okay. Das sieht alles schon so ein bisschen. Flamme, Wahrheit, Verwandlung, den Teufelskreis durchbrechen, hier und jetzt für immer, in der Schleife, wer lebt, wer stirbt, wer zum Teufel bin ich? Er, sie, er, sie, er, sie, wir, durchgestrichen, ich. Stand da fuck auf dem Zettel auf Englisch? Yo, fuck am I, me. Okay, warte, wir haben wieder ein Filmchen. Das schauen wir uns noch an. Und der Charakter ist komplett. Aber das war's noch nicht. Und das war's noch nicht. Wenn die Flamme eröffnet wurde, er weiß, dass es keine andere Weg gibt. Es ist zu schnell, zu schnell, zu zurück. Die Augen der Eternität sind wieder auf ihn wieder. Okay. Er schreit zurück. Okay. Äh. Nö. Süße ist der Süßen. Ähm. Bitteres für die... Verbitterten. Äh. What? Bitteres für die Verbitterten. Äh. Hallo? Was passiert hier grad? Ich kann nicht aufhören. Äh. Gott, die Musik, die... going. Sieg von der Eternität räumen. Die Menschen kenne ich. Deut. Ich habe all die Entzüren gelungen. Die Entzüren und schuldigungen. Es ist ein monument an deine Schwierbar. Ein ein monument an deine Schmerksamkeit. Ein Pünfters für deine Testation. Es ist ein Verbrecher von dem, was wirklich nie wirklich war. Es ist ein Verbrecher. Just wie du. Du hast so schwer versucht, mich zurückzunehmen. Du hast mich aus dem Verbrecher gezogen. Aber etwas anderes hat mir geantwortet. Nein, das gefällt mir nicht. Ich habe doch den Fahrstuhl gerufen. Ich habe den Fahrstuhl gerufen. Ich habe den Fahrstuhl gerufen. Hallo. Hallo. Das war ja klar, dass ich hier anhalte. So, Freunde. Aber... Die Folge... habe ich schon ein wenig überzogen. 10 Minuten. Ja. Das war es erstmal für heute. Wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen angetriebenen Tag. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.